Einigen können, ob man sie als Josef F. oder J. Fritzl bezeichnet, damit sie ähnliche Chancen auf internationale Auffindbarkeit haben. Aber zurück in die USA. Dort läuft so eine Datenbankabfrage wie beim Online-Dating ab. Sie können nach Alter, Größe, Gewicht, ethnischer Zugehörigkeit, Tattoos und ähnlichen Kriterien suchen und bekommen sofort eine Liste mit ihren persönlichen Treffern. Fotos, Wohnadresse und ein strafrechtlicher Lebenslauf sind auch gleich mit dabei. Eben wie bei einer Single-Börse, nur den Partner fürs Leben findet man dort eher nur als Drogenbraut. Doch dann kann man aus dem Vollen schöpfen. Wenn Sie nicht so auf böse Jungs und Mädchen stehen, sich aber gerne an der Niedertracht der Menschen in ihrer Nachbarschaft ergötzen wollen, dann gibt es natürlich auch eine geografische Suche. Hier können Sie auf einer Karte kleine Symbole für jeden entlassenen Sexstraftäter im Umkreis finden. Am besten informieren Sie auch gleich alle anderen Nachbarn, damit ihm keiner einen Kuchen zum Einstand bringt, ihn zum Grillen einlädt oder ein Bier mit ihm trinkt. Wenn Sie sich daran noch nicht genug ergötzt haben, dann können Sie Ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und diesen ehemaligen Täter tracken. Die Täter müssen nämlich auch regelmäßig ihre Daten aktualisieren. Sie bekommen dann regelmäßig Updates zu Ihrem Lieblingstäter. Das funktioniert ganz so wie beim Tracking Ihrer letzten Bestellung bei Amazon. Das ist doch mal wirklich nutzerfreundlich. Natürlich sieht auch jeder Arbeitgeber und Vermieter in diesen Datenbanken nach, wenn sich jemand bewirbt. Ein normales Leben ist also nicht mehr möglich. So stellen Sie sich sicher die Reintegration von Personen vor, die Ihre Strafe bereits abgebüßt haben, oder? Aber ein Schäufelchen mehr geht auch hier noch. Neuerdings verhängen Städte auch Bannmeilen für registrierte Sextäter. In Miami durfte man als...